Here we go again. Hallo! Ah, heute... Da sind wir wieder mit einer neuen Aufnahme von Anno4104. Heute mit einem kleinen, ähm, na, Special. Wir haben einen kleinen Gast an Bord. Der auch wieder wunderschön in unsere Wörter reinlabert, aber... Ah, ja los, stell dich mal vor hier, hopp, hopp. Demi, dein Name, wir müsst ihr nicht wissen, ich tauch wahrscheinlich nur einmal auf. Ich spring noch für den... Ich spring noch für den Großen ein. Für den lieben Herrn Ivans muss er jetzt mal ein bisschen spielen, da der sich irgendwie nicht blicken lassen wollte. Er hat seine Tage. Ja, so kann man das nennen. Auf jeden Fall, wir sind alle ready, bitte starte, weil die Ladezeit können wir immer noch... Bereits passiert. Yay! Und hier geht's los. Werseits wäre uns... So, mal gucken, wer am schnellsten läht. Wer hat diese Runde den längsten Ladebalken? Wattum, wattum, wattum. Im Moment führe ich, glaube ich, vor dir. Ich hoste. Normal. Das sind immer so die Ausreden. Doch, ich lief mir gerade ein Kopf am Kopfring mit Mr. Baggermann, also mit Tibi. Abgeist. Das sind immer die Ausreden, Nako. Das ist kalt, ich hoste gerade. Es ist so, ich hoste, deswegen bin ich ein bisschen langsamer. Das ist normal. Ich ist Teraki noch langsamer, das wissen wir schon. Und dass Teraki noch langsamer ist, wissen wir auch. Oh ja. Ich bin doch schon fast fertig. Was labert ihr da? Du bist doch hinter Nako. Das ist bei mir. Oh, oh, oh. Es dauert halt, die Computerspiele einzuladen. Frau Marie und die Helena, die ist so ein bisschen zickig. Echse schminken, aber sowas von. Ach. Echse schminken intensiver ist. Aber ich bin schon fertig. Fast fertig, bei mir zumindest. Der letzte Balken. Ne, fast noch. Ach, komm schon. Hamster, gib dein Bestes. Komm, komm, komm. Ich musste mal kurz mein Headset wegschmeißen. Ich habe mich gerade in meinem eigenen Headset-Kabel verwirrt. Was ist echt? Neu und nur auf diesen Kanälen. Ladebalken rennen. Ladebalken. Oh ja. Wetten, bitte dahin. Wetten werden entgegengenommen, bitte bei mir. Wettervorhersage. Und durch. Ach, die Hexe lässt sich noch schminken. Nein, 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 du hast doch ein bisschen noch, ein bisschen noch. So ein Nanometer noch. Ich sehe es auch noch nicht mehr. Ich bin durch. Ich bin durch. Erster. First. Stimmt doch gar. Ja doch, ach, steht. Aber so ein Minimeter nur. Ach, immer diese Lacker. Das war reines Glück. Nein, das sind einfach die Leute, die nicht aufnehmen. Ja, stimmt auch wieder. Ja, ja, das ist, kann ich dir ausführen. Neu, ich nehme auf. Es ist kalt. Poste, ich nehme auf. Ich nehme noch zwei separate Tonspuren auf. Was willst du von mir? Jetzt gibt es wieder, der kommt ja der Angeber hier. Aber. Ich will nur noch zwei Auftonen. Aber wenn man es genau nimmt, ne, ist Evans ja auch immer nur ein Gast im LPT, ne? Mehr oder minder, stimmt. Ja, er will ja irgendwann mal vielleicht in der Zukunft in 30 Jahren anfangen aufzunehmen, aber auf jeden Fall. Da muss man ja zu seiner Entschuldigung auch sagen, er zockt im Moment auf geliehenen Rechnern, äh, auf geliehenen Laptops, weil sein Rechner kaputt ist, also. Er zockt im Moment auf meinem Gaming-Laptop, der besser war als sein PC, also erzähl. Er ist, er ist geschmolzt und diesmal war ich nicht dran schuld. Sondern, Fio. Fio, erzähl die Geschichte von deinem alten PC. Ja, ähm, immer wenn er mich besucht hat, ich kenne ihn ja auch persönlich, ähm, ist irgendwas, weil mir implodiert. Wir kennen uns alle persönlich. Ja, wir kennen es alle persönlich, aber das weiß ja keiner. Auf jeden Fall, er war bei mir, ähm, Dimi, du musst noch bereit drücken. Ah, hast du gut. Ähm, er war bei mir, hat mit seinem Fuß meine Festplatte berührt und sie ist gestorben. Sie war kaputt. Es ist einfach so. Most ist wieder hoch. Damit hat er ja fast dieselben Fähigkeiten wie du bezüglich Radiowellen oder WLAN. Das hast du... Also beim Radio hast du ähnliche Fähigkeiten. Ja, aber nicht dieselben. Warum ist die Kamera so eklig gedreht? Keine Ahnung, hatte ich letzte Aufnahme auch. Okay, Tragi, was soll ich machen? Gib mir Anweisungen, los. Ähm, du könntest, wenn du weißt wie, unten bei den Arabanen ein bisschen Datteln anpflanzen. Und bitte... Ja, gut, mach einfach, mach einfach. Ich geb dir keine Tipps. Oh, scheiße. Tragi, hier will ein Kumpel unsere Hilfe. Oh Mist, ich muss mal einmal ganz kurz auf den Desktop springen. Boah, 10 Tonnen Gewürz für das Bären, wenn wir ein Leben zusammenkriegen. Weil mir gerade was aufgefallen ist, was nicht sehr gut ist. Ich hatte den Sound nämlich auf dem Boxen, das heißt, ich habe gleich eine Rückkopplung. So, jetzt bin wir da, bin wir da da. Ja, merkt mir nix. Okay, weiter. Das ist nicht so gut. Diese Larkotikas, ey, unglaublich. Oh Mann. Jetzt habe ich jetzt wahrscheinlich gar keinen Game Sound mehr, aber das ist egal. Du hast nie Game Sound, also stell dich nicht so an. Ähm, wir haben hier zu wenig Kohle. Aber wir haben generell zu wenig Geld, um irgendwas zu basteln. Nein. Sehr gut. Ha, ist das eine Genugtuung. Was ist das für ein grünes Schiff hier hinten? Hä, wie, wie vom Erdgumbe, was? Ups. Ha, ha, das hat funktioniert. Da hat der Nacko wahrscheinlich gestern noch weitergezockt und einen noch dahingeschickt und dann gespeichert und diesen Speicherstand jetzt geladen. Ohne Scheiß, den hat er losgeschickt, als die Runde anfing. Richtig, den habe ich gerade losgeschickt, als die Runde angefangen hat. Ich habe den schon wieder nicht gehört. Das ist doch gut. Das ist der Sinn eines Schurken, der soll leise sein. Ausfundlich, der ist untergegangen. Ich möchte mal bitte lieber wissen, was dieses grüne Seelenhändlerschiff hinter unserer Insel macht. Das wird gleich Bettler zu uns bringen. Ja, das ist ein Korsanschiff, steht zumindest dran. Was? Guckst du dir an, das ist so ein hellblauer. Ja, wir sind sicher noch Holz verchecken, wir haben genug. Ein Korsanschiff, nicht gut. Aber es ist nicht rot, es ist grün. Wir brauchen Geld, los Bauern, zahlt. Ihr könntet uns natürlich um einen Gefallen bitten. Zahlt. Könntest du mir aber auch die Rosette schmatzen? Zahlt. Nein, danke. Wir brauchen Leinenkutten. Was braucht ihr eigentlich noch alles? Wir brauchen alles brauchen die und das brauchen die auch. Nein, wir brauchen nur Datteln, Leinenkutten und Gewürze. Und Geld. Glaube ich zumindest Gewürze. Äh. Um die Gewürze kümmere ich mich, sobald wir irgendwie Kohle haben. So, da stehen die Gewürze. Sobald das Schiff baut es am Hafen ist, kümmere ich mich um den Auftrag. Ja, ja. Ich lass gerade wieder lustig Bevölkerung aufsteigen. Oh, 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 oh. Hier ist, äh, auf der einen Insel ist schon wieder Beef. Hier kämpft gegen, unsere Verbündete gegen Marie. Oh, sehr gut. Alter, ich bin krank. Also, sie kämpfen noch nicht, aber Marie baut Wachtürme ohne Ende. Ich weiß, unsere Kultisten haben keine Kutten mehr. Oh. Ich bitte dich, sollen sie nackt drum marschieren? Das sind Kultisten. Ehrlich. Ja gut, jetzt können sie nicht mehr spielen, wer hat was unterm Röckchen. Aber, Wayne. Das sind schon große Jungs. Unsere weißen Freunde, die etwas gegen, ihr wisst schon wen, haben. Einen höhndischen Speichellecker. Ach man. Oh Mann. Und ich muss gleich noch ne Insel bepflanzen. Was wolltest du gerade sagen? Samen. Ah, 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 ah. Ja, das wollte ich eigentlich sagen, aber es ging mir dann... Luchs, wie alt seid ihr? Alter, wo hat... Was dachtest du wohl, was passiert, wenn wir hier zusammenspielen? Ehrlich. Genau das. Boah, Alter, der hat nur drei mickrige... Was? ...mickrige Webstübe gebaut für unsere ganze Bevölkerung. Hahaha. Was hast du erwartet? Wir sprechen hier von Ivans. Das ist Bot-Bauweise, ey. Und Cheo, wir brauchen Gewürze. Ja, also mehr als drei Gewürze auf einmal brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Doch, definitiv. Wieso? Wie viel brauchen wir denn? Wir haben null. Ja, warte, jetzt kommen gleich wieder 18 Tonnen auf einmal. 18 Tonnen? Das ist nix. Was? Und unser Most ist schon wieder alle, das darf doch nicht wahr sein. Weiße fand ich... Alter, auf beiden Hälften der Karte. Das ist doch unglaublich. Eigentlich schon wieder irgendwelche... Versenken sie das flüchtende Schiff, versenken sie das flüchtende Schiff, versenken sie das... Alter. Wo ist unser Hauptschiff? Das brauche ich. Das ist gerade unterwegs zur Hauptinsel, ist fast da, liefert was ab und dann kannst du es haben. Ja, ich muss zwei Schiffe verdichten. Zwei. Und die sind dann gegenüberliegende innen der Karte. Ach Leute, wir haben kein Geld mehr. Ja, ich weiß gar nicht, was Evans hier gemacht hat. Ja, ich gehe erst auf das Garibaldi-Auftragsschiff und dann gehe ich danach auf das Regens-Auftragsschiff, ne? Ich brauche dir keinen Zwang. Sehr gut. Ich brauche trotzdem Gewürze. Ja, kommt. Ich habe nur ein Handelsschiff und drei Gewürzfarben am Laufen. Drei sind zu wenig. Ich... Alter. Die müssen erst anlaufen, die laufen auf 91%. Also ne, ich sollte ja Gewürze bauen, wäre er richtig? Äh, Datteln. Datteln. Ja, auch gut. Also beides. Bäh, ich habe jetzt gerade Gewürz und wir haben kein Geld. Aber meinetwegen baue ich auch noch eine vierte Gewürzfarbe, aber langsam finde ich das lächerlich. Hast du gesehen, wie groß unsere Bevölkerung ist? Ich kann mit drei Gewürzfarben normalerweise größere Städte versorgen. Nein. Definitiv nein. Die Lungsmürben ist halt ein bisschen würziger. Ein bisschen aus Spice brauchen die. Boah, Alter, der tat weh. Dreisalige Handelsflotte. In Erdenach wurde ein gefühltes Gebäude entdeckt und der feindliche Spiel... Ah, sehr gut. Das ist sogar sehr gut, ja. Hihi. Oho, haha. Ich mache sowieso nie was mit Schergen. Ja, ja. Das war ganz gut seit Evans. Ach, wie verwunderlich. Ruhig Blut, ruhig Blut. Was hat so lange gedauert, die einzusetzen? Alter, diese ganzen Schergen, die kosten auch irgendwie Geld. Du hast dasselbe getan wie ich gerade, genau im selben Moment. Ich dachte, wir denken zugleich, das ist echt schlimm. Und bitte sag mir, Taragi hat sein Autosave ausgemacht. Also, da, hier, Dibi, Dibi, mach dein Autosave gleich aus, wenn's kommt. Wie zum Henker mache ich das? Das mache ich gleich. Das ist sowieso erst gleich speichern. Taragi, ich bräuchte ein Schiff. Welches Schiff könnte ich jetzt mal so benutzen? Ähm, nimm einfach, äh, Evans, Dings, Flying Lamp, keine Ahnung, wo die ist. Klick die Schiffliste durch. Über deiner Minimap ist ein kleines Schiff, kannst du draufklicken und dann gehst du immer von Schiff zu Schiff. Wenn du's gefunden hast, nimm es. Oh, und hier, ja, Böcher. Ja, ja, nehmen wir natürlich. Morrowind. Ich könnte auch Morrowind nehmen, ich meine, das Ding steht hier einfach nur so und macht nichts. Bei mir ist hier gerade voll die Live-Action. Wo ist nochmal die Postkartenansicht? Auf F1. Das ist jetzt gerade sehr episch. Hä? Die Wirbelsturm? Die hat 30 Leinenkutten geladen. Warum legt sie die einfach nicht ab? Weil sie es kann. Wir haben ein neues Schiff? Ja, für dich. Okay. Aber ich brauche ein Kriegsschiff, ein kleines. Hab ich gerade nicht, Waffentroduktion kommt noch. Die Cause of Reasons. Wir brauchen ganz viel Ruhm. Wir brauchen vedetianische Schiffskunst. Hat Evans da wieder irgendeinen Kack gemacht? Transportroute. Käsekrämerei. Abladen. Leinenkutten. Oh, dieser Name, ey. Oh, ja. Ist doch cool. Wunderschön ist der. Fuck yeah. Oh, FSK-Av-Zufolge. Entschuldigung. Oh, Mann. Hallo, fuck ist doch das? Ja. Jetzt ist eh alles zu spät. Aber wenn ich jetzt sage, fuck, fuck, fuck. Fuck, die fuck ist jetzt egal, ist eh nachzumachen. Motherfuck, 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 motherfuck. Lukrativ, bitch. Ah, erhöht die... Okay, Lagerkapazität um fünf. Boah, sie würde tatsächlich im Bildschirm drehen. Dann sollen sie sich... Äh, X und Y. Ah, danke. Dann recycelt eure Kleidung, verdammt. Nein, die müssen sie rauchen, es ist schließlich alle. Ich habe das zwar schon fünfmal gemacht, aber ich vergesse an der Augen, wo es ist. Da ist ein russiges Haus. Wie kann es wagen, russig zu werden? Ich glaube, ich kaufe mal das. Der hat gut Hanf. Aha. Wir haben ja genug. Alter, unsere Gewürzlager. Was ist? Ich habe jetzt vier. Vier. Unsere Lager sind trotzdem leer. Ja, jetzt geh mal da weg, Lord Richard. Lord Richard? Ist das Schiff so? Nein, Lord Richard. Nein, Lord Richard Notbar, Bobby. 400 Ansehen brauche ich noch. Ach, ist das los? Alter, du gehst mir auf den Sack, Kumpel. Ab jetzt haben wir übrigens offiziell beschlossen, wir nennen Evans jetzt nicht mehr Evans, sondern wir halten uns jetzt an Richard. So, fertig. Lord Richard? Oh, wow, wow. Das wird ihn sehr freuen. Nein, Evans, meine Fresse, Alter. Nein, er hat... Nein, oh Gott. Ist das egal, und vor uns ist es leichter, weil wir sowieso die ganze Zeit Richard sind. Ich habe mich schon angewöhnt, ihn Richard, äh, Evans zu nennen. Man merkt's, man merkt's, wie du das angewöhnt hast. Ja, das ist sehr angewöhnt. Halt zum Maul, Kumpel. Was? Kommst du mir nur so vor, das ist dieser Hassan, Bill, Hala, 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 Hala. Hassan, Ben Zaid. Genau. Ich habe mega das Problem mit Namen. Hassan, Hala. Hassan, Ben Zaid. Der geht mir voll auf die Nüsse. Das ist der Sinn, dieses Typen. Ah, was ich hier da gekauft habe, ist eigentlich voll der Scheiß. Was? Hassan ist crazy Sia? Erhöht die Kapazität von Lagerhäusern einer Insel 5. Wie viele Lagerhäuser haben wir, 1, 2, 3? Oh, goddammit, wo ist der Scheiß-Scherge? Fio, suchen. Such mit, ja. Was für ein Scherge? Ich habe nichts gemacht. Hey, ja. Natürlich, dass du das warst, aber hier rennt auf jeden Fall einer rum. Sieh nix? Ich guck' mal, ob ich ihn sehe. Ich mit meinem... Ja. Adler auch. Trotzdem nix. Zum Glück ist unsere Stadt zu klein. Ja. Nee, weg. Ist weg. Ist weg. Ja, ist weg. Mosthof. Kleidung. Holy shit. So, ich mach' hier mal die ganzen... Ich stell' hier mal die ganzen Mosklamotten ein, ne? Du musst sie mal am Laufen. Eins fährt, das zweite steht da. Wenn du auf Q drückst, geht er zu jedem umtätigen Schiff, also los. Hab' das Schiff, das später, ja. Auf der Insel. Boah, wie heißt'n die Scheiß? Hochhotgar? Ach du Kacke, wer net... Und wie denkt sich solche Namen aus? Ja, wer hat sich diesen Namen nur ausgedacht? Denk' mal ganz scharf nach. Ja, überlege doch mal. Ja, Satzsegel. Aha. Mach' mal Mund hoch. Und, 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 und. Glorious me. Okay, und die zweite Quest. Da, 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 da. Auf, nach Venedig. Wir brauchen Venedig. Wir brauchen Venedig. Hups, falscher Knopf, da wollte ich nicht hin, ich wollte da hin. Ah, wir sind's wieder im Frieden. Hier. Das hast du jetzt erst gemerkt. Hast du gerade geguckt, ob du mein Schiff versenken kannst, du Sack? Nein. Nein. Ich mach' Diplomatie bei den anderen. Diplomatische Schiffsbaukunst, Venedigianische Schiffsbaukunst. Was brauchen wir dafür noch? Hm, 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 hm. Ich baue mal ein paar Datteln auf unsere Arab-Insel. Hm, ich kann nirgendwo Geld anfordern. 100 Drohnen brauchen wir für die Venedigianische Schiffsbaukunst. Ach, doch, hier könnte ich. Und? Mach' ich mal. Oh, du. Ah, Entschuldigung. Du scheiß. Hat sehr gut funktioniert, scheinbar. Ich hasse Richard. Nein, ich hab aus wie oft Pause. Warum? Das meint er, glaub' ich nicht. Aber warum? Das ist doch voll ein netter Kerl. Alter. Was los mit euch? Was raged ihr da so rum? Die wollen uns keine Darlehens geben. Oh, ich hab' euch gerade ein Gold gegeben. Was ist los? Diese Folge, glaub' ich, nenn' ich Tear Ragey. Oh, ja. Was ist denn Ragey? Was hätten wir davon? Voll entspannt hier. Wir überleben. Okay, auch, wir haben, woher haben wir 8000 Gold? What the fuck? Ich hab' hier ein paar Betriebe schlafen gelegt. Deswegen mussten wir nicht mehr so viel zahlen. Was meinst du, warum wir 700 im Plus sind? Hochrotka. Was ist denn jetzt schon alle? Hochrotka könnt' ich aus der Most-Dingens rausholen? Oh! Problemski! Ich hab' bei Hochrotka, hab' ich alles schlafen gelegt. Ja. Ich ändere mal hier die, äh, die Transportroute. Ähm. Jetzt kommt Ruhm. Sehr gut. Eine Noria. So Hochrotka, da. Braust du mit? Ja, ja, ja. Hier lade ich noch mal ein bisschen Most mehr auf, so. So, jetzt, äh, können wir endlich diesen Quiz erfüllen? Ich mach' das schon mal, ne? Ja, natürlich ganz gut. Jetzt mit kleinen Kaufmannsgucken. Dann können wir unsere, äh, kleinen Handelsschiffe einbunden. Zwei Stück schon mal. Okay, uns fehlt hier Holz. Das heißt, ich stich hier mal ein paar Holzkramotten hin. Und baue mal, ähm, Nako, wenn du dabei bist, mal Bergenfurt aus. Ja, auch das. Ich bin grad damit beschäftigt, unsere Versorgungsrouten hinzukriegen, weil wir haben keine, äh, Leinenkunden mehr auf der Hauptinsel. Ja, also kannst du auf Bergenfurt auch anbauen. Verdammt! Darf hab' ich die, g-gefleckt, die Insel. Was hab' ich? Du hast OK gedrückt und der Marie 2500 Gold gegeben. Haha. Haha. Finde ich sehr gut. Okay, drückst, äh, ab jetzt drückst du. Haha. Sehr gut gemacht. Uah. Ich find das so lustig. Fällt mir immer besser. Wir sollten öfter zusammen spielen hier. Ja. Nein. Doch? Doch. Nein. Wie schon gesagt, das ist absolut nicht mein Spiel. Absolutestens nicht mein Spiel. Alter, wieso ist eigentlich schon wieder mein Schiff aus der Leiste unten draus? Du hast Leiste gesagt. Ich wusste, dass das kommt. Hahaha. Egal von wem, ob es jetzt Narko, Shio oder dir war. Ich war's nicht. Was? Das war Dima. Welche Produktion denn jetzt schon wieder? Das war Dimili. Simulischen Dimili. Oh Gott. Das ist sehr gut. Oh ja, ohne Scheiß. Hahaha. Das Schlimme ist, er weiß, wovon wir reden. Ja. Er hat auch die Folgen alle gesehen. Ja. Gehört. Gesehen hat man eher weniger. Ich hab's ihm ja auch angeguckt. Ja, schön. Au. Boah, das hat weh. Was brauchst du? Bin ich grad selbst in die Eier gehauen? Nein, 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 nein. Ich bin nur ein bisschen verschnupft und das tat nicht gut. Wir haben Minus. Was ist los mit dir? Ja, ändert sich gleich wieder. Ach, 24 Holz, danke. Boah, soll ich einen Turnierplatz bauen? Nein. Mach es. Ich geh weiter Inseln holen. So eine schöne Insel unten fliegen. Da gibt Ruf. Wir brauchen gerade etwas Ruf. Aber da kostet aber auch Geld das Ruf. Ach, an. Er hat ja Dattel geflüstert. Ja, wir brauchen unbedingt Datteln und Gewürz. Gewürz und Datteln, ja, gib mir eine Sekunde. Das Schiff kommt gerade mit einer Dattel und drei Gewürze an. Einer Dattel? Und du bist so effizient, das hab ich noch nie gesehen. Eine Dattel für die ganze Bevölkerung. Ey. Notration. Erteilt, ne, Jodde? Für alle, die das alte Anno 1600 gespielt haben, wissen, es gibt die eiserne Ration. Das konnte man skillen. War total praktisch. Dann brauchte die Bevölkerung erstmal, ich glaub, entweder gar nichts mehr oder zumindest wesentlich weniger von den normalen Gütern. Es war sehr praktisch. Hat zwar nur eine Viertelstunde gehalten, aber das hat einen oft gerettet. In jedem Fall, wir müssen sich hier Holz einkaufen bei dem einen. Auf der Arabinsel. Die haben genug Holz. Nee, auf der Arabinsel nicht. Ja, deswegen, ich schick da schon Holz runter und Stein und was weiß ich alles. Ähm. Gefahr hin, dass es total banal ist, aber... Ich mach jetzt mal ne Eisenproduktion auf der Hauptinsel, damit für Bruno hier mal ein bisschen, ne? Warum willst du Eisen auf der Hauptinsel abbauen? Damit wir Kuno, nicht Bruno, Kuno rum, Remboldt, ne? Bezahlen können. Ach so, der will Stahl oder sowas, war das, ne? Ja, der will Eisen, richtig. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall okay machen. Ja, mach mal. Hab ich schon. Dieser Halsabschneider hasst er nicht, hasst ihn. Ihr habt ihn entdeckt. Wir haben ihn bis jetzt noch nicht entdeckt. Das ist äußerst praktisch. Der will von uns nix. Ja. Aber der fährt hier mit seinem Schiff rum, mit seinen Schiffen rum. Und wenn ihr ihn nicht entdeckt habt, könnt ihr ihn auch nicht bezahlen, also greift ihr euch trotzdem an. Er tut uns nichts. Er schießt zwei Schiffe an, die fahren in den Hafen, werden wieder repariert und fahren weiter. Ja. Genau so ist es. Da wird's gleich eh, äh, koreanische, ähm, venezianische Kaufmannskong haben. So Civilizations gestätigt mit diesen koreanischen Kaufmannskong. Korea... Verragt es nicht. Oh yes, das ist doch eure Insel. Eure Insel ist gleich futsch. Yes. Morrowind, what a surprise. Juhu. Er hat hier Waffen. Oh wie schön. Oh, erst mal die Postkartenansicht hier, ey. Oh ja, das ist eine Idee. Stimmt, das ist ein perfekter Screenshot. Das ist wunderschön, ist das. Ah nein. Da ist das Spielspeichern. Dieser Autosave. Nein, ich habe außersehen die F5-Taste gedrückt. Och, come on. Aus Versehen. Wie bitte hast du denn für Finger, dass du statt F1 F5 tust? Es ist dunkel hier. Halt's Maul. Ja und, das ist keine Ausrede. Wer hat denn schon keine beleuchtete Tastatur? Ehrlich. Ich. Da. Da sagt ihr übrigens derjenige, der sich zu fein war, das auf seinen Laptop zu machen. Na 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 na. Ja ja. Tastenbeleuchtung muss man auf dem Laptop haben, ne? Arschloch. Wow. Das ist... Dann, ja. Hörpruppruppleme. Dann beenden wir das hier mal und sehen uns in der nächsten Aufnahme noch. Ja. Hörpruppleme. Ah. Hörpruppleme. Untertitelung des ZDF, 2020